da habt ihr abschlussvideo es tut mir leid ich habe geglaubt dass es abschlussvideo wäre im letzten video der sechsten serie botisekel gewesen dem war nicht so also jetzt zeige ich euch wie sie aussehen ich finde sie sind richtig schön geworden und ich hoffe meine tochter freut sich da morgen auch drüber weil sie wollte unbedingt hausschuhe haben nun hat sie sie noch nicht auf der andere sieht natürlich genauso aus ich finde sie sind in gehäkelter version total gelungen also die geldt version gefällt mir auf jeden fall besser als die gestrickte version die gestrickte version kommt dann morgen früh nur dass ihr da war schon bescheid ist ja dann sage ich mal bis morgen zum türchen 24 bin so was von gespannt was da drin ist und wie gesagt dann kommen die gestrickten bodies auch online bis dann